Meine Damen, meine Herren, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, mein Arbeitsgebiet, wie Simon gerade schon sagte, die Netzintegration. Ich beschäftige mich außerdem eben mit der statischen Spannungshaltung. Blindleistung ist da natürlich auch ein ganz entscheidendes Thema. Wir haben hier in Braunschweig dazu erstmal folgende Lösung. Wir haben bei uns im Keller den Netzintegrator 2000 stehen. Der nimmt uns erstmal eine ganze Menge an Arbeit ab, sodass wir hier nicht unbedingt erstmal so viel machen müssen. Das ist ganz schön, aber hin und wieder gibt es da natürlich auch die eine oder andere Herausforderung, wie neulich zum Beispiel wieder. Da wurde ich in meinem Vormittagsschlaf ganz unsanft geweckt, so ein seltsames Geräuschdrang an meine Ohren. Ich hatte das Geräusch dann im Keller irgendwie veranlagt, bin dann runtergegangen in den Keller. Tatsächlich war der Netzintegrator, ich sage zum Netzintegrator, okay Netzintegrator, was ist das Problem? Sie schauen so komisch, mit Maschinen kann man ja heute mittlerweile reden. Das ist ganz normal, oder? Also okay Netzintegrator, was ist das Problem? Sagt er, Netz voll, Kabelfach 2, bitte neue Rolle, NAYY, 150 Quadratmillimeter einlegen. Das war doch, letzte Woche waren doch erst die 630 KVA-Transformatoren alle. Das wird ja langsam richtig teuer hier. Da müssen wir uns irgendwie noch was anderes einfallen lassen. Da hatte ich einen Geistesblitz. Wie so manchmal, kurz nach dem Aufwachen, vielleicht kennen Sie das, da kommen einem so die besten Ideen. Also mir fiel ein, ich hatte doch neulich auf einer Konferenz, was zum Thema Blindleistung und Netzintegration gehört. Das war doch vielleicht mal ein Ansatz, den wir hier verfolgen können. Ich also zum Netzintegrator, okay Netzintegrator, versuch's doch mal mit Blindleistung. Sagt der, kann ich nicht. Super, tolle Hilfe. Ich hab mir also überlegt, irgendwie musst du dem Netzintegrator doch mal klar machen, wie das mit der Blindleistung und der Netzintegration letztendlich funktioniert. Ich also zurück ins Büro, Literaturrecherche, ganz entscheidender Punkt. Und das Ergebnis, meine Damen, meine Herren, war höchst erstaunlich. Im Internet kursiert scheinbar die Überzeugung, dass Blindleistung mit Bier gleichzusetzen ist. Und ich dachte mal, Alkohol wäre keine Lösung. Naja, ich hab mir die ganzen Möglichkeiten hier mal etwas näher angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir im Grunde hier zwei Kategorien von Erklärungsversuchen haben. Die eine habe ich die Maschinenbauererklärung genannt. Also der Maschinenbauer geht davon aus, das ist die Wirkleistung, das Flüssige. Der Schaum, das ist die Blindleistung, das will man nicht, das ist irgendwie ungeliebt. Und beides zusammen ist hier die Scheinleistung. Aber liebe Maschinenbauer, von der komplexen Ebene und Vektoraddition habt ihr irgendwie noch nicht so richtig was gehört. Also das hier vergessen wir schnell wieder, das ist falsch. Die andere Lösung, die ich hier ausgemacht habe bei meiner Literaturrecherche, habe ich die Physikerlösung genannt. So, der Physiker geht erstmal her, das Bierglas wird um 90 Grad gedreht. Der Schaum wird abgeschnitten, der Schaum wird ebenfalls um 90 Grad gekippt. Anschließend kann ich hier wieder Wirk, Blind und Scheinleistung einzeichnen. Jetzt bin ich schon mal trigonometrisch, bin ich schon mal korrekt. Aber liebe, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird doch überhaupt nicht funktionieren, so was. Also den Schaum abschneiden, ein Bierglas auf die Seite legen, das ist doch total praxisfern. So was kennt man irgendwie von Physikern manchmal. Ich habe natürlich ein bisschen tiefer gebohrt bei der Literaturrecherche nochmal geschaut, was gibt es da so alles und habe das Ganze jetzt hier mal plakativ unter der Elektrotechniker-Erklärung zusammengefasst. Der Elektrotechniker fängt erstmal an, Verbraucher- und Erzeugerzählfallsystem einzuführen. Anschließend wird dann anhand der sinusförmigen Größen Strom und Spannung wird das Ganze erläutert. Die trigonometrischen Beziehungen zwischen Wirk, Blind und Scheinleistung werden eingeführt. Anhand des Zeigerdiagramms wird die Wirkung der Blindleistung auf die Spannung im Netz erläutert. Der Kosinusphie wird eingeführt und am Ende wird anhand des PQ-Diagramms auch noch der Trichterbereich oder Blockbetrieb von Photovoltaikwechselrichtern erläutert. Also das ist ja für diese Uhrzeit total daneben unverständlich. Das kann ich hier nicht bringen, dachte ich mir. Da musste eine andere Lösung her. Dieses komplexe und ungeliebte Thema Blindleistung, das haben scheinbar schon vor mir auch andere Leute versucht, mit ihrem Hobby zu erklären. Leider sind die alle irgendwie bei dem Bier hängen geblieben. Ich habe jetzt die Herausforderung sportlich genommen und gedacht, ja bei Sport, worauf verstehst du denn? Ich laufe ganz gerne. Ich laufe im Kreis, gebe ich gerne zu, am besten zweimal hintereinander. Das ist so mein Hobby. Leider bin ich dabei nicht so richtig erfolgreich. Hier ein Schnappschutz aus dem letzten Jahr bei den Braunschweiger Regionalmeisterschaften. Also ja, ich gebe es gerne zu. Offenheit muss man hier schon mal anbringen. Wir Läufer sind ein sehr, sehr effizientes Völkchen. Wir sind richtige Sparfüchse. Wenn wir 800 Meter laufen, dann wollen wir tatsächlich auch nur 800 Meter laufen und keinen Meter mehr. Das heißt, wir setzen beim Laufen nur reine Wirkleistung tatsächlich ein. Das heißt, wir bewegen uns hier am liebsten auf der Innenbahn zweimal im Kreis. Die Netzintegrationsexperten unter Ihnen werden schon erkannt haben, aha, Cosinus V gleich eins. So, jetzt bin ich auf der Bahn meistens nicht allein unterwegs. Laufen scheint momentan irgendwie in Mode gekommen zu sein. Also die Bahn wird richtig voll. Der Läufer hier auf der Innenbahn, der bekommt Gesellschaft und es geht los. Ja, oh, ai, 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 100 Meter ist das gut gegangen. Dann artet das hier leider aktuell in einer Wüstenschlägerei aus, weil alle irgendwie auf der Innenbahn laufen wollten. Solche Szenen hier gilt es natürlich zu vermeiden. Das ist nicht der ganz große Sport, den wir hier sehen wollen. Ja, welche Lösungsansätze können wir hier zunächst dafür verfolgen? Wir können natürlich die Bahn extrem breit und 800 Meter lang geradeaus machen. Das wäre die eine Möglichkeit. Da kriegen wir natürlich eine ganze Menge Läufer auf dieser Bahn unter. Das wäre dann die viel diskutierte Kupfer. Ich meine natürlich Tartanplatte natürlich. Also das kennen Sie, der Begriff ist ja, der wird ja überall schon hinlänglich immer diskutiert. So sähe das Ganze aus. So ein Stadion gibt es, meine Damen, meine Herren. Da wird allerdings nicht gelaufen, da wird Samba getanzt. Ja, schade eigentlich. Und ja, für längere Distanzen als 800 Meter ist dieses Stadion leider auch nicht geeignet. So, Sie haben es wahrscheinlich schon erahnt, die Lösung lautet Blindleistung. Mittels Blindleistungseinsatz bekommen wir dieses Problem hier tatsächlich in den Griff. Da der grüne Innenbereich in dieser Anlage tatsächlich für die Läufer tabu ist, musste ich hier auf den Betrag der Blindleistung ausweichen. Die Läufer nehmen ihre Startpositionen ein und es geht los. Wir sehen hier schon, irgendwie ist das Ganze momentan noch ziemlich ungerecht verteilt. Der gelbe Läufer hat hier einen extremen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Läufern, die hier weiter außen laufen. Die Netzintegrationsexperten unter Ihnen haben es wahrscheinlich schon erkannt. Aha, der Kerl meint hier den konstanten Cosinus Phi oder sogar, wenn wir davon ausgehen, dass die Läufer hier alle mit Nennleistung unterwegs sind, den Cosinus Phi, die Cosinus Phi von P-Steuerung. Das ist richtig, aber die richtige Lösung oder die Lösung des Problems, so sieht es ja in der Praxis nicht aus. Wie sieht es in der Praxis aus? Der Läufer hat hier natürlich die Lösung des Problems parat. Der Start erfolgt und die Blindleistung wird nur bedarfsgerecht tatsächlich eingesetzt, wenn es hier notwendig ist, tatsächlich. Meine Damen, meine Herren, das ist tatsächlich regelungstechnisches Fachwissen, was hier jeder Läufer an den Tag legen muss, um hier so agieren zu können. So, der graue Läufer hat den Start hier leider extrem verpennt, hat aber eigentlich großes Potenzial, dieses Rennen zu gewinnen. Jetzt entscheidet er sich, gedanklich macht er einen Sprung, er entscheidet sich, ich gehe außen vorbei. Und was Sie jetzt sehen, meine Damen, meine Herren, beziehungsweise ja, das ist die Situation erstmal, die sich diesem Läufer stellt. Für Läufer natürlich total verhasst dieser Anblick, so ist es eigentlich schon viel, viel besser, so will er es haben. Und also, das, was Sie jetzt sehen, ist die Sprungantwort auf seinen gedanklichen Sprung. Ich muss außen vorbeigehen. Mittels Blindleistungseinsatz schafft er es hier auf der Außenbahn, die anderen Läufer zu überholen und sich an die Spitze setzen. Das, meine Damen, meine Herren, ist die Blindleistungsregelung, zum Beispiel die Q von U-Regelung. Ja, damit schaffen wir Läufer es, das System optimal auszunutzen und eine ganze Menge hier in dieses System zu integrieren. Ja, das auch eben sehr effizient. Wir haben diesen Ansatz natürlich auf unsere Simulation in der Forschung übertragen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir damit die Aufnahmefähigkeit des Systems, also mittels einer Blindleistungsbereitstellung hier um 50 bis 100 Prozent tatsächlich steigern können. Ja, wir sind noch nicht am Ende. Ich bin Ihnen ja auch noch einiges schuldig. Es gibt ja auch noch eine ganze Menge komplizierter Begrifflichkeiten rund um die Blindleistung. Vielleicht geht es Ihnen da manchmal auch so wie mir. Sie sitzen am Schreibtisch, es geht um das Thema Blindleistung und Sie grübeln hin und her. Ist das jetzt eigentlich untererregt oder übererregt? Ist das jetzt kapazitiv oder ist das jetzt induktiv? Ist der Strom jetzt voreilend oder nacheilend? Was ist jetzt hier eigentlich gemeint? Blindleistung einspeisen oder aufnehmen? Oder generell erstmal ist es jetzt das Erzeuger- oder Verbraucherzählfallsystem? Also Fragen über Fragen. Die Situation wird immer verworrener, verworrener. Da kann man sich manchmal aus Versehen auch irgendwie schon mal in der Disziplin vertun. So kann das dann im schlimmsten Fall auch mal aussehen. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, ist die Wirkung der Blindleistung auf die Spannung. Dazu ist es notwendig, das System um die Laufbahn drumherum mit einzubeziehen. Spüren Sie alle schon die Spannung? Nein? Nein? Ich auch nicht. Naja, also jetzt unser Messinstrument belegt das Ganze hier. Spannung ist momentan noch nicht vorhanden. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall Spannung. Meine Damen, meine Herren, wir wurden freundlicherweise Aufnahmen von der Einspruchsberatung des FNN zu den technischen Anwendungsregeln im Olympiastadion zugespielt. Wir sind mittlerweile hier bei einem Entspannungsniveau angekommen. Die Laola-Welle im Stadion, die kreist hier tatsächlich. Sie sehen das Ganze hier unten auch nochmal über X aufgetragen. Motivierte Zuschauer und Fans im Stadion schaffen das in der Regel mit 50 Hertz. Meine Damen, meine Herren, ich bin gespannt, ob wir das hier heute Abend auch hinbekommen. Wir starten hier einmal. Oh, 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 oh. Ja, ich merke noch, wir haben massiv Unterfrequenz. Wir sind noch kurz vorm Schwarzfallen. Wir brauchen hier gerade erst mal Primärregeleistung. Mehr Bier bitte dahinter. So, wir müssen aber hier weiter voranschreiten, denn wir müssen aufpassen. Die Spannungshaltung ist ein ganz komplexes Themengebiet. Wir müssen nämlich aufpassen, dass die Spannung nicht zu hoch wird im Netz. Das kann Schaden an Infrastruktur und natürlich auch Personenschäden nach sich ziehen. Sie haben es vielleicht hier gesehen. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Eine ganz kurze Überspannung, wie Sie es hier gesehen haben, hat hier tatsächlich das System, den Systembetrieb beeinträchtigt. In diesem Stadion auch Überspannung war hier das Problem. Oder hier, oh, oh, der gute Marmor, sehen Sie es, alles hier Überspannungsproblematik gewesen. Auch dieses Stadion, meiner Meinung nach, total abrissreif. Also da ist nicht mehr viel zu retten. So, ich gehe jetzt weiter. Meine Damen, meine Herren, wenn Sie die nächsten zwei Minuten überleben sollten, ich glaube, das Thema kapazitiv, induktiv, untererregt, übererregt, Sie machen es nie wieder falsch. Dieser Typ hier, meine Damen, meine Herren, der ist übererregt. Der ist geladen wie ein Kondensator. Der steht unter Spannung. Noch bevor der Startschuss fällt, hat er sein Trikot zerrissen. Allein durch seine Anwesenheit im Stadion schafft er es, das Spannungsniveau hier merklich anzuheben. Hätte er nicht schon so wenig Haare? Sie stünden ihm wahrscheinlich die ganze Zeit so zu Berge. Wir haben jetzt einmal noch Menschen vom Typ Induktivität. Die sind von ganz anderem Charakter. Die kommen hin und wieder mal zu spät. Die sind eher etwas ruhiger, kommen etwas langsam in die Gänge. Wenn sie aber dann mal in Fahrt sind, dann aber auch richtig, dann sind sie schwer zu bremsen. Ich nenne diese Typen auch gerne ihre königliche Induktivität. Ja, die Läufer treten an die Startlinie. Das Spannungsniveau im Stadion liegt schon leicht über den Entspannungsniveau. Ich habe hier einmal einen Läufer vom Typ Induktivität ausgemacht. Entschuldigung, der hält gerade noch sein Mittagsschläfchen. Er ist noch nicht so ganz bereit. Und wir haben hier einen Läufer vom Typ Kapazität. Der läuft seit zwei Stunden, läuft der hier schon so auf 180. Und jetzt, meine Damen, der Startschuss ist gefallen. Die Läufer sind gestartet. Und wir sehen hier, der Läufer vom Typ Kapazität, der eilt der Spannung im Stadion voraus. Während der Läufer vom Typ Induktivität hier nicht so richtig in die Pötte kommen will. So sieht das aus. Ich habe das Ganze für Sie nochmal versucht, einmal zu animieren. Unsere Laola-Welle, die Spannung im Netz, hier also mit 50 Hertz unterwegs. Die Läufer gehen an die Startlinie. Der Startschuss fällt. Und wir sehen hier, der Läufer vom Typ Kapazität, der eilt der Spannung hier voraus. Während der Läufer vom Typ Induktivität der Spannung nacheilt. Eine, zwei, drei letzten Folien seien mir vielleicht noch gestattet. Wir brauchen ja noch die Wirkung der Blindleistung auf die Spannung. Sollte ein junger Mann hier in seiner induktiven... Danke, danke. Okay. Also, wie Sie sehen, der Läufer vom Typ Kapazität, der hat eine spannungsanhebende Wirkung hier im Stadion zur Folge. Die Leute sind gespannt. Das Rennen wird richtig spannend. Der Atem wird angehalten bei den Zuschauern. Was passiert als nächstes? Kann er das Rennen jetzt hier entscheiden? Ganz anders das Verhalten im Stadion, wenn wir hier einen Läufer vom Typ Induktivität haben. Die Spannung sinkt und ja, das Rennen ist im Grunde schon gelaufen. Das wissen die Zuschauer. Daher also diese Spannungsabsenkung hier. So, ich bin der Meinung, jede Präsentation braucht einen Ausblick. Das ist mein Ausblick an dieser Stelle für Sie. Und ich hoffe, dass Sie in Zukunft auf die Frage Blindleistung antworten können, läuft. Und ja, ich hoffe, Ihnen geht es nicht so, wie dem armen Tropf, der gestern meine Generalprobe hier miterleben musste. Und ja, die Medaille haben Sie sich fürs Zuhören und für die ermöglichten zusätzlichen zwei Minuten auf jeden Fall verdient. Besten Dank. Applaus